Also du wirst die Batsch spielen. Ja, das Tim. Du hast einen ganz tollen Blog-Eintrag gemacht. Nenn uns deine Top 3 Tipps. Meine Top 3 Tipps? Bind deine Schuhe fest, trink ein Bier vorher und hab Spaß. Machst du jetzt nachher das Warm-up? Ja. Das Warm-up besteht natürlich aus Cardio und ganz viel Stretching, dass wir richtig gut gestärkt... Ach, endlich bist du da! Dass wir gestärkt auf die Strecke gehen können und uns nicht verletzen. Deswegen auch wichtig, ein Bier vorher gibt dir alle isotonischen Sachen, die du brauchst. Wie viele Top-Bahn ist das denn mit was? Ich laufe jetzt den 9. Top-Bahn. Ich bin seit dem ersten Mal dabei. Beim ersten Mal waren wir 100 Leute und ich hab gebettelt, dass ich noch dabei sein durfte. Und Theo hat gesagt, ja okay. Wie groß ist dein Team heute? Wir sind insgesamt 9 Leute, aber wir nehmen auch alle immer auf, die allein irgendwo stranden. Die dürfen bei uns mitmachen, weil bei uns geht es nur um den Spaß und nicht darum, Erster zu sein. Auf welches hinein freust du dich am meisten und vor welchem hast du am meisten Angst? Ich liebe Batsch, das ist klar. Ich habe am meisten Angst vor den Rutschen, weil die manchmal sehr wehtun. Gerade am Hintern sehe ich immer ein bisschen aus, wie es handelt. Aber sie machen auch so viel Spaß. Es ist eine Hassliebe. Gut, okay. Wir sehen uns im Feld nochmal. Auf jeden Fall. Danke auch. Auf jeden Fall.